Es gäbe vieles richtig zu stellen, das ist leider nicht meine Aufgabe. Ich möchte, der Kollege Loacker hat vorhin behauptet, die frühere Landeshauptfrau Salzburg sei in die Arbeiterkammer versorgt worden, entsorgt worden. Ich stelle richtig, die Landeshauptfrau hat nach einer Wahlniederlage die Konsequenzen gezogen und ist auf ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Sie hat vorher dort gearbeitet und arbeitet auch jetzt wieder dort, übrigens sehr erfolgreich. Ich bitte, so viel Respekt sollten wir als Politiker untereinander haben, dass dann... Herr Abgeordneter, den Sachverhalt korrigieren, aber nicht kommentieren, bitte.